Industrieunternehmen stehen vor einer Herausforderung, die jedes Jahr millionenschwere Umsatzeinbußen mit sich bringt. Dem Fachkräftemangel. Qualitativ hochwertige Bewerbungen bleiben aus, aber die Arbeit wird nicht weniger. Das ist ein großes Problem für die deutsche Wirtschaft. Wir sind die Wissenswerkstatt Saarbrücken und suchen Sponsoren, die aktiv etwas dagegen unternehmen möchten. Die Wissenswerkstatt bietet mehr als 50 verschiedene Themen, technische Workshops für Jungs und Mädchen zwischen 8 und 18 Jahren an. Mit unserem umfangreichen Angebot bauen wir das technische Interesse von Schülerinnen und Schülern aus und bereiten sie so auf das Arbeitsleben in der Industrie vor. So können die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und Jugendlichen beurteilt und belegt werden. Vor allem die Skills, die in der Schule nicht mit Noten bewertet werden, wie beispielsweise Ausdauer und Teamfähigkeit. Schreiben und Rechnen ist essentiell, aber handwerkliches Geschick und technisches Verständnis mindestens genauso. So konnten wir seit 2014 über 5000 Teilnehmer jährlich für Technik begeistern. Wir glauben daran, dass Ihr Unternehmen die Besten verdient. Junge Leute mit Leidenschaft und Potenzial, die bereit sind, die Zukunft der Industrie und des Handwerks zu gestalten. Wenn Sie ein zukunftsfähiges Unternehmen sind, das aktiv die Förderung von Bildung und Fachkräfteentwicklung in der MINT-Branche unterstützen möchte, dann werden Sie unser Sponsor. Alle Infos unter www.vive-sb.de